Und damit Willkommen zurück zu Let's Play Sonic Adventure DX. Wir haben das letzte Mal mit Knuckles abgeschlossen, deshalb würde ich sagen, wir machen heute mal Amy. It's my turn now! Ja, so ist es. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Gee, I'm bored. Every day's the same old thing. Same place, different day. I miss the good old days. Hanging out with my hero, Sonic. Chasing bad guys. And blowing them away. But now he's gone. And there's nothing left to do. But shop till I drop. There was always something fun to do with Sonic around. I really miss him. Hey, what's going on here? Is there an eclipse today or what? Nobody forecast a storm or anything. Eggman, can it be? Eggman, can it be? What's that? Ah! Watch it! Watch it! Ow! You should watch where you're going, buddy. Hey, are you all right? Hey, are you all right? You look kind of hurt. What's this? Ah! Uh-oh. Yikes! You almost ran me over, creep. Oh, no! Let's get out of here. That was one of Eggman's robots, huh? He must have captured you and somehow you got away, right? Don't worry. I'll protect you. I'll do my best to keep us both from harm. I'll stand by you all the way. Okay. Was kann ich machen? Oh, God. Sonst kann ich aber nichts machen, ne? Schade. Äh. Was soll das? Irgendwie hing ich fest. Okay, da ist nichts. Wieso kann sie euch kein Spin-Lash? Das ist doch auch ein Igel. Oh, nein. Bitten ist. Oh, Sonic! My hero! Sonic! Long time no see! Ah, Amy! What's your problem? See, this little birdie's got in trouble. I think he should be his bodyguard a little while. What? Doesn't matter, we'll just tag along. No way! Come on, don't run away! Oh! Ach ja. Wegen Reparaturarbeiten geschlossen. No trains are currently in service. Ich hab übrigens mal nachgeforscht. Also, Cream is in Sonic Adventure DX als Cameo, aber sie hat keine Rolle, soviel ich weiß. Und sie war eigentlich auch im Original auch nicht drin. Okay, wohin? Wasn't there a place where you couldn't get in alone? Wait up, Sonic! Not fair! I can't run as fast as you! Ah, look! Eggman's robot's on the loose! Don't panic! I'll handle that bag of bolts! Ah! Now what's wrong? Huh? It says cute couples can get in free! What are we waiting for? Amy! W-w-w-wait! Ah, I give up! She's so weird! Oh, my God. Also, wenn... ... ich hier eine Facecam hätte, würdet ihr vielleicht mal einen Gesichtsausdruck sehen, denn meist wie Passion läuft. The robot that is following you is closing in on you. It'll be over if that robot catches you. You must get away from it no matter what. Whaaaaat? Whoa! Oh, what? Was hatte ich vorhin auch das gelöst? Und die Tür sollte öffnen. Oh, my God. Oh, was also... Hi... Wieso kannst du nicht weiterlaufen, wenn du deinen Hammer benutzt? Oh Gott, Kamera... Aua! Dead Camera Perspective, mal ganz ehrlich. Warum? Wer war der Meinung, dass das eine gute Idee sein könnte? Ah, das scheint schon leicht... Boah. Sinnvoller zu sein. What? Ja, ich hätte... Aber leichte Probleme zu verstehen, welche Amy jetzt meine ist. Bringe, komm, komm, bringe. Ey, kann... Mädchen... Mach mich nicht mad. Ja, ich werde... Das war's für heute. Das war's für heute. Willkommen zu Twinkle Park. Das war's für heute. Das ist jetzt so sinnlos. Das ist auch nicht mein richtiges Rennen. Ich hab gesagt, dass die Störung auch absolut schrecklich ist. Aber jetzt mal ehrlich, wer hat vier Minuten für diese Strecke gebraucht? Ich find so drei Minuten für die beiden anderen Runden das... Logik. Vier Minuten kann man das ganze Rennen hier schaffen. Wenn man das hier als Rennen bezeichnen könnte. Es gibt ja keinen, gegen den ich fahre. Yay! 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, ein Emblem. Schön. Raus hier. Willkommen in Twinkle Park. Er würde da freiwillig weitermachen. Von da bin ich willkommen. Oh, ich bin froh, dass wir endlich verloren haben. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich bin froh, Braid. Lass uns runter. Lass uns gehen! Will das Ding... Wie ist das durch die Tür gekommen und wieso will es... Okay, ich dachte schon, dass wir den Zug nehmen. Ah, davon diese Cutscenes. Fastest Finger live. Ja, ja. Dieser Vogel ist sehr ruhig. Was ist das? Ja, ja. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was willst du? Hande mir den Zahn. Nein! Quietly hande mir den Zahn. Nein, niemals! Warum nicht? Ich muss dir nichts erzählen. Du erzählst mir warum du es willst, jetzt! Das nicht compute. Du selbst nicht wissen? Ich weiß, dass du uns beide hörst. Bitte, Mr. Robot. Du kannst du uns helfen, bitte? Insoferniertes Daten. Du hast die Gefühle für etwas, was du nicht wissen. Illogisch. Ich schütze dich. Liebe ist nicht ein Teil von deinem Programm. Du hast du etwas Gutes. Hey, Bertie! Komm zurück! Jetzt wollen wir ihn wieder nach und CRM auf. Wir machen die Gefühle für die Gefühle.